Das war richtig viel Arbeit. Über 10.000 handbemalte Eier bilden auf der Ausstellung Strohwelten im blühenden Barock Ludwigsburg diese Ostereierallee. Laut dem Veranstalter ist es damit die größte seiner Art in Deutschland. Auch dieses überdimensionale Häschen soll auf Ostern einstimmen, passend zur Ausstellung komplett aus Stroh. Die ist noch bis zum 22. April geöffnet.